Hier wieder Live-Drill, Forellensee Quickbone. Die Feitsche ist krumm. Könnt ihr das sehen? Kampfschlageforellen hier. Forellen in Premium-Qualität. Hier Forellensee Quickbone. Überwiegend alles aktiv. Wie ihr sehen könnt, arbeitet gut mit euren Bremsen. Guter Drill hier. So macht Angel Laune. Jo, Petri. Guter Drill. Guter Drill. Guter Drill. Guter Drill.